Cheerio meine lieben Fans, willkommen zurück zum wahrscheinlich großen Finale unseres Göttnern Runs. Da ist ein Ausrufezeichen, deswegen gehe ich davon aus, dass da wahrscheinlich das Ende ist. Ja man sieht es ja schon. Sind wir bereit? Naja, wir können nicht mehr tun, als wir jetzt gerade haben. Ich glaube, ich werde auch dennoch hier. So, los geht's. Los geht's jetzt einfach, komm. Tiara! Feng! Was für eine Überraschung. Ich hätte nie erwartet, dass du deine Wunden überlebst. Schon, dass wir nicht die Wiederhöhung mal unterschätzt haben. Ja? Nun, ich bin voller Überraschung. Also wärst du, wenn du deine Komplimente sonst wo steckst und Tiara verpreist. Du Na, der böse Gott will bald wiederbelebt werden. Und ich werde das feiern, ich werde seine Wiedergeburt feiern, indem ich dein Blut fahre. Es werde verteilen, ich werde verteilen. Bis schon. Es wird ein historisches Blutbad. Es wird ein historisches Blutbad. Sherman, lass uns das einmal in den Tod bringen. Sherman, lass uns das einmal in den Tod bringen. Aua. ich werde werden. Na, Loma. Hier ich komme! Aua... Aua. Aua! Aua. Aua. DAU побед掉. so als weißer ritter bist du das ist irgendwie schon ein bisschen miss das fast k.o. mit dem ersten ersten runde Das war jetzt aber nicht wirklich der Endkampf, oder? Ey, da hab ich gegen normale Gegner gekämpft, die haben mehr ausgehalten. Das ist nicht euer Ernst, ne? Ich meine, Mariana hat schon nur fünf Balken gehabt. Dann Bernard mit redlich zwei. Ich meine, klar, er hatte unglaubliche Macht, was das Zuschlagen angeht, aber die leben. Und jetzt Sherman. Ach, wir sind sinnlos. Ich kämpfe nur so viel, ihr wollt, weil es ist zu spät. Schau, der böse Gott ist. Er wird wieder erworben. Das ist der böse Gott. Töte mich, bitte. Yara. Es ist noch genug Zeit. Du kannst fänden, dass der böse Gott wiederbelebt wird, wenn du mich jetzt töltest. Das ist eigentlich dumm. Es gibt keinen Weg überhaupt, dass ich das hier tun würde. Du kannst dich nicht töten, Fang. Ich kann es. Fang, warte! Versuch, dich zu erinnern, was passiert ist, bevor wir zurück in die Vergangenheit gerasseln. Als Tiara getötet wurde. Du solltest nur in der Lage sein, zu wissen, was passiert ist. Ist alles in Ordnung, Lord Sherman? Wenn wir jetzt überhastet haben, dann sind wir an einem sehr schweren Punkt, an dem kritischen Punkt. Sollte wir diesen Kampf verlieren, sind wir am Ende. Tiara, ich weiß bereits, dass du ein abgesandtes bösen Gottes bist. Deswegen werde ich dich töten. Unser Traum ist es, den Frieden dieser Welt zu bewahren, oder? Du würdest von unserem Traum sterben, oder, Fiyara? Sehr gut, wie du es möchtest. Ah, sicherer Mensch. Hast du mich? Du... Wenn ich nicht existieren würde, hast du niemals dieses Mädchen getötet. Hast du mich? Und hast du alle, die in den Bösen verfallen sind? Finde den Hass in dir und lass deine Seele rot werden. Ich brauche dich nicht, um mir zu sagen, was ich zu tun habe. Das war der Plan, das war der ganze Zeit mit mir planen. Was zur Hölle? Sherman hat Tiara gekötet? Aber Dinge sind jetzt anders. Die letzte Mal hat Sherman die Tiara getötet, um den Bösen Gottes zu retten. Er hat es für die Welt Frieden getan. Aber nun ist Sherman dabei, Tiara zu töten, um den Bösen Gott wiederzubeleben, damit er seinen Körper wählt. Um so die Welt als seinen eigenen zu nutzen. Er kommt. Der Böse Gott kommt. Er kommt. Der Böse Gott kommt. Fang, hurry! Du musst mich töten. Wenn du Tiara töten, wird die Welt sicher sein. Ein Leben zu retten. Oder das Leben aller. Was hast du zu tun, Fang? Was hast du zu tun, Fang? Wir haben keine Zeit zu zögern, Fang. Hurry! Wir haben keine Zeit zu zögern, Fang. Halt's Maul. Ich. Ich. Man hat auf, so durchzudrehen. Ich stimme hier. Oh. Oh, das muss ich mal kurz als Dings nehmen, als Dingsbums, als Screenshot, sorry. Wie soll ich das tun, wenn ich dich töte? Wie soll ich das tun, wenn ich dich töte? Stupid fool. Glaubst du wirklich, dass du das Schicksal widerstehen kannst? Alles, was du getan hast, ist die Welt zu töten. Glaubst du wirklich, du kannst dem Schicksal widerstehen? Alles, dass du guter Hand hast, dass du die Welt geopfert hast. Und damit wurde mein Wunsch erfüllt. Fang. In the end, you couldn't even protect Tiara. Watch, as she sacrificed to awaken the vile God. Fang, am Ende konntest du nicht mal Pierre Tiara beschützen. Schau, wie sie geopfert wird und dem bösen Gott zugeschworen. Ah. Ah, endlich, der böse Gott kommt. The power of the vile God is mine. I've inherited his ancient bloodline. I'm the only one truly worthy to receive his power. Die Macht des bösen Gottes ist meins. Ich beherberge seine antike Blutlinie. Ich bin der Einzige, der wahrlich dazu bestimmt ist, seine Power zu bekommen. Oh, vile God. Newly awakened from your eternal slumber. Grant me your power. Oh, burser Gott. Wieder erwacht aus deinem ewigem Schlaf. Leih mir deine Stärke. So viele Screenshots hier. Aber, ich bin einer der Abgesandten des bösen Gottes. Warum? Aber, aber ich bin einer der Abgesandten des bösen Gottes. Warum? Es scheint, dass der böse Gott es nicht kümmert. Ob der Durst nach Blut, die alles das mal ist, ist, oder das eine Frau. Red Bull Nord wurde jetzt geopfert. Er war ja nah, sein eigenes Blut zu opfern als das von Tiara. Aber dank dem ist der böse Gott endlich wieder erwacht. Oh, vile God. With this sword, I surrender my body, my soul, and my wish unto you, so that you may receive it. Ah! Oh Gott, das sieht aus. Ist das... Sherman? Das sieht aus. Battle Options, gut. Ähm, erst mal Formation. Dann rep... Dann erst mal equippen wieder. Wir müssen der Tiara wieder equippen. Sorry, aber... Das hört sich durch aus. Aber der böse Gott sieht affig aus. Habt ihr euch zum einen gesehen? Dieses Gesicht und dann... Naja, ich sag ihm besser nichts. Dann müssen wir den Weapon Boost von Tiara noch... Natscha. Okay, wir beginnen. Error down Error down Error Jetzt Okay Was war das noch? Äh, Death-Pits Rang 7 Magi-Dev oder? Ne, P-Dev, okay Nein Naja, egal So Leute, ich würde sagen, wir betreten da mal den Kampf, ne? Los geht's Nein Nein Jo So würde ich's machen Okay, wir können den Kampf dazu nicht gewinnen, dann geht das Ich werde diesen Welt zu retten Oh Mann Ja Fang sieht verletzt aus Ja Wir sind alle verletzt, habt ihr's nicht grad gemerkt? Fang! Was ist das denn? Aaron, du Fang, ich werde dir die Kraft der Göttin geben Was? Wie? 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 Du hast versucht, Tiara zu retten, obwohl sie eine Eine Obwohl sie das Blut des bösen Gottes hat Eine Selbstlosigkeit hat die Göttin bewegt Was? Wird mal Zeit Was hat die so lange gedreht? Was hat die so lange gedreht? Wird mal Ich bin dankbar Die Göttin hat mir ein Geschenk gegeben Und ich will es nutzen Ich werde diesen Idioten Sherman besiegen Und ihn versiegeln Ich werde diesen Idioten Sherman besiegen Und ihn versiegeln Loll Ich würde sagen, wir machen so etwas an Schaden Hat euch mal den Schaden angeguckt Wunderbar Wunderbar, wir machen so etwas an Schaden Sorry Ich werde aber nicht alle kriegen Wunderbar 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 Ich hoffe, wenn mal passiert noch irgendwas Weil so können wir den nicht besiegen Siehst du das? Was Kraft, was für eine Kraft. Der Gegner ist stark. Was ein einfeuchtsamer Gegner. Vielleicht ist die Kraft des bösen Gottes wirklich stärker als dieser Gott. Mach doch keine Sorgen, ich werde nicht gegen so jemanden wie ihn verlieren. Fang, sag mal nicht, ich versuchte Sherman zu retten, wie du mich gesagt hast? Das tust du, oder? Was ist das für ein Ort? Fang, was denkst du nur? Es gibt überhaupt keinen Weg, dass du den bösen Gott mit dieser Klinge besiegen kannst. Planst du mich zu retten? Mach dir keine Sorgen. Dieser Wunsch kann nicht mehr erfüllt werden. Immerhin ist meine Seele nicht mehr hier. Er wurde vom bösen Gött verschlungen. Ich habe keine Reue, was hier passiert. Ich habe selbst entschieden, dass ich eins mit dem bösen Gott werden will. Und so dachte ich, ich könnte die Kraft des bösen Gottes kontrollieren. Aber wie du siehst, naja, ist es anders passiert. Also Fang, ich werde dir meinen Traum anvertrauen. Bitte, beschütze diese Welt. Was? Du fragst mich das jetzt? Hör auf, mich zu verarschen. Hör auf, so selbstsüchtig zu sein. Warum sollte ich dir jetzt zuhören, ne? Wenn du wirklich willst, dass die Welt so beschützt wird, dann tue es selber. Ich habe dir meinen Traum anvertraut, Fang. Der Rest liegt bei dir. Oh, Sherman. Du Idiot. Immer so zu handeln, ohne irgendwelche, ohne Erlaubnis. Ich habe dich nicht gemocht, seit ich das das erste Mal gesehen habe. Sherman. Glaube ich nicht. Am Ende war er ein Freund. Schraub? Ver怕 deine Schraubung. Ich werde dir nicht mehr zurück colocen. Ich werde dir nicht mehr zeigen. Du besser mal einbewusstsein. Du hast mich gut gehalten, mein Gott. Plan für einen W temperaturen. Behold meine Kraft, wir machen das. Was mein ja? Wie ist es? Ja, das war mal. Hier naja! Ich hab mich. Das ist schade, nenne ich mal. Sehr schön. Bam, bam, bam. Moment. Mega Cure. Pision. So. Pision. Oh, das schade. Oh, das geht. Oh, das geht. Hm, hm, hm. Bitte schön. Das war zwar die falsche Freitagin, aber... Au, Alter, ist das dein Ernst? Ähm, ich heile damit aus Schirmen? Guck mal. Was? Wie sinnlos ist das denn, bitteschön? Loll. Was soll es mir, bitteschön, bringen, die alle zu heilen, wenn der Gegner auch geheilt? Das ist so scheiße, ey. Oh, der Schlag gegen Wind. Das war's. Also, das war's. Was soll es? Das war's. Das war's. Aber ich weiß nicht, was soll es nicht. Und... Und... So? leider kein fairer es hat möglich Ja, ja, ja. du hast du jetzt nicht mega cool ja danke sehr schön dann kannst du ja einmal sorry wie affig war dann das bitte ja das ähm wie dämlich war das denn mit schön dass er da mitgeheilt wurde moment ja da muss ich jetzt so ein bisschen aufpassen okay das bedeutet er wird gleich eine megamäßige attacke machen die wahrscheinlich fast eine andere stunde bei das gemerkt so leute bevor er aber diese megamäßige attacke macht ich weiß ich bin fies wenn ich die folge einfach mal für heute werden wieder wenn ihr sehen wollt wie das ganze hier ausgeht dann schalte dir am besten das nächste mal wieder ein also dann